was geht ab liebe leute und damit herzlich willkommen zurück zu dark souls 3 wir machen weiter ich habe ja beim letzten beim ende part beim letzten part gesagt dass ich noch nicht fertig bin mit dem let's play wir werden jetzt noch mal durch sein oder andere gebiet gehen was wir verpasst haben ich war mir überlegen ob ich das jetzt hier erstmal angehe oder doch erstmal durch die alten gebiete denn mir fehlen noch ein paar sachen mir fehlen einfach noch sachen von den ich auch mittlerweile weiß mir fehlen natürlich auch noch ein paar estos scherben und auch noch wie heißt es hier knochensplitter und so weiter das sind so sachen die ich mir auch gerne holen würde ich weiß zwar nicht genau wo die sind ich habe da so eine vermutung denn ich muss sagen seit dem letzten mal sind jetzt seit dem ende part sind jetzt ein paar tage vergangen und ich habe mich jetzt auch aufgelevelt auf level 120 bin ich jetzt denn ich habe mir ein paar videos von amis reingekommen ich kann ja mal laufen nebenbei dann müssen wir nicht die ganze zeit hier warten ich habe ein paar videos von amis reingekommen denn dark souls ja kann ich mir nur bei amis geben oder so ist halt so und da habe ich mir einen speziellen rausgesucht vielleicht kennt ihn ja der eine oder andere fighting fighting cowboy fighting fighting ich weiß nicht ganz genau der typ ist ich finde ich saukool oder der richtig gerne humor das war sehr extrem ist aber es absolut eine gerne so finde ich bei dem habe ich ein paar videos reingezogen eigentlich erst mal so pvp aber dann hat er noch so nebenbei immer wieder neuen charakter aufgebaut und das habe ich mir dann auch teilweise gegeben naja auf jeden fall habe ich dementsprechend ein paar sachen mitbekommen ich muss mich kurz hart mäßig konzentrieren die sind übel ich weiß schon warum ich hier damals nicht weitergegangen bin alter schwede der willst richtig mies wissen naja wo bin ich stehen geblieben auf jeden fall ich habe mir ein paar videos angesehen und so weile und so fort und irgendwie gilt ja 120 jetzt das level 120 als pvp ding das heißt nicht dass ich es vor habe hier irgendwie pvp mich abzugehen oder so allerdings bin ich jetzt online das erste mal online auch und wenn ich invaded werde was ja passieren kann werde ich vorbereitet so ein bisschen zumindest ist deswegen meine seelen ausgeben ich habe mir die rüstung hier gekauft seht ihr ja auch vom vom endpost der echt ganz cool war ich war echt so ein bisschen beim letzten fight so ein bisschen ah ok da hätte ich rausspringen können da hätte ich rausspringen können vielleicht soll ich das auch machen oh ich vergifte ja direkt ich war ein bisschen ich war einfach froh und es geschafft zu haben ehrlich gesagt ist für mich nicht der lieblings mein lieblings boss bisher aus dark souls 2 da muss ich sagen gefiel mir jetzt habe ich natürlich den namen nicht drauf hieß der noch mal es sterbe tatsächlich jetzt fehlt mir glaube ich noch eine ich glaube es gibt 15 ich bin mir nicht sicher aber in sämtlichen pvp videos habe ich gesehen dass sie die die invaded werden immer mit 15 flaschen und plus 10 durch die gegend laufen oh gott habe ich irgendwas feuer mäßiges dabei ich bin mir nicht ganz sicher oh gott ich hätte mein feuer katana mitnehmen sollen scheiße naja also ja der boss war schon nicht schlecht hatte zwar hier und da für mich bis persönlich ein bisschen unfaire moves drauf so im nachhinein natürlich ist so ich ein bisschen ruhiger drauf bin und nicht voller adrenalin erinnert er natürlich auch ein bisschen ich glaube der zweiten phase ja spätestens ab der zweiten phase erinnert er schon ein bisschen an gewinnen was natürlich sehr cool ist dringende opferung so jetzt weiß ich nicht warte mal soll ich mir den gönnen soll ich den behalten oder nicht ich weiß nicht ach ja übrigens genau das habe ich auch vergessen ich habe schon ein zwei sachen gemacht unter anderem habe ich rosaria aufgesucht damit ich mich noch mal ein bisschen neu verteilen kann meine level punkte weil ja das war ja nix also es hat gereicht es hat gereicht zum durchzeugen aber dass ich so lange gewartet habe mich zu entscheiden worauf ich gehe jetzt das war jetzt natürlich nicht das schlauste oh shit oh shit warm junger frisst das du Sackrate hey kleine missschnecken ach ja ich habe ja was feuermäßiges also ist der Sau gut rein, ey. Was wollte ich sagen? Ich bin schon wieder ein bisschen verpeilt. Ach genau, ich hatte ja vorhin auch drüber geredet, was mein Lieblingsboss bisher ist. Und zwar der in Irrfil, oder wie heißt es? Ich fand den Sau geil, ey. Boah, mit seinen Doppelschwertern und so weiter. Den fand ich sehr krass. Aber es gab viele Bosse hier, die sehr geil sind. Und wenige, wo ich sage, naja, naja. Also die Diakonen beispielsweise, die waren ja jetzt nicht sonderlich krass. Jetzt können wir auch mal die ganzen Nachrichten durchlesen. Alles klar, zwei auf einmal, das wird nix. Ey, ey. Ey. Du hast doch Feuer abbekommen. Ich bin tot. Aber geil. Ey, der hat doch Feuer abbekommen. Warum ist der denn nicht? Oh my god. Normalerweise schrecken die doch immer auf und bewegen sich dann erstmal nicht. Toll. Fängt ja super an. Oh man. Und ich dachte, ich bin jetzt vom Level extrem krass überpowered oder so. gefühlt. Aber ich bin eine Wurst einfach. Ich bin einfach immer noch eine Kackwurst. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Tja. Hammer. Oh man. Oh man. Ich bin einfach. Ja. Wow. viele geile Dark Souls-Videos, die einfach nice sind. Ich glaube, das hieß Bridge Patrol. Warte ich das? Oder hat der Dina nur weggesnipet mit dem Drachenbogen? Ich weiß es nicht mehr genau. Komm doch! Komm doch! Komm doch! Mein Gott. Verpiss dich jetzt. Ein Stück Scheiße, du. So. Ach ja. Naja, naja. Es ist ja schön, dass sie Hauptbestandteil des Levels sind, diese miesen Ficker. Ich glaube, die sind, egal mit welchem Level du hier ankommst, egal mit welcher Ausrüstung, die sind immer gefährlich, diese miesen Pisser. Äh, äh, äh. Jo, ich roll doch schon weg. Meine Fresse, jo. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Drei gegen Pisser, er. Ups. Sorry. Hab Piss dich, Mensch. Was ist los mit dir? Ich muss auch mal gucken, ob ich das Spiel jetzt wirklich noch fertig bekomme, bevor ich mit Uncharted 4 anfange, weil lange ist nicht mehr hin, aber das ist ja auch scheißegal, was ich rede, ist eh so Inception, Mainception mäßig, weil ich so weit im Voraus bin. Ich weiß nicht mal, ob ich das, ja, ist ja auch scheißegal. Ist ja scheißegal, ihr werdet schon sehen, wann die Videos kommen oder halt auch nicht. Aber egal was, ich will alles vorher fertig bekommen, bevor Witcher kommt. Blood and Wine, da hofft ich mich extrem. Giftig, giftig. Ich muss hier noch irgendwie was übersehen. Da oben ist so ein Typ, den muss ich ja nicht unbedingt nochmal bekämpfen. Hier rechts ist ein Weg. Oh mein Gott, ihr seid so dumm, einfach nur. Ihr seid so scheiße. Ach ja, diese scheiß Nachrichten, man merkt direkt, ich bin auch nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen bei Amis gesehen, das heißt nicht, dass ich mich jetzt hier komplett auskennen oder sonst was, das Gebiet. Sobald ich gesehen habe, oh fuck, da bist du noch gar nicht lang gegangen, habe ich das immer geskippt, weil ich mich selber nicht spoilern wollte. Naja. Aber trotzdem, na, trotzdem kann man ja so ein bisschen seine Schlüssel ziehen. Verstande. Ring voraus. Oh, das ist nice. Sag mal, wie lange dauert denn das vergiftig, vergiftig sein? Ähm. Ach, wir haben gar kein Gegengift, oder was? Das ist natürlich auch ein bisschen scha- Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Was ich noch gemacht habe? Drachen, Schuppenring. Hier geht es ja auch noch weit. Ach du Scheiße. Äh, ach genau, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Eine Sache habe ich auch noch gemacht. Und zwar habe ich mir diesen roten Augapfel besorgt. Äh, oh fuck. Das lässt es schön sein. Und zwar kann man das auf der Wall machen. Warte mal, hier geht es ja hier wieder zurück. Dann gehen wir doch nochmal rein, mit dem Fahrstuhl runter. Ähm. Man kann ja den Typen ansprechen, bei dem großen, großen, ähm. Ah, ich komme jetzt hier nicht mehr runter. Ich komme hier nicht mehr runter. Ach, scheiße. Okay. Man kann ja den Typen bei dem großen Thron ansprechen. Im Firelink-Schrein. Und der gibt ihm, gibt einem ja die Aufgabe, irgendwie in der Wall, unten im Kerker irgendwo jemanden wegzumachen. Irgendwie so ein Dark-Typen. So ein Finster-Typen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich diesen Augapfel bekommen. Was ich, Scheiße, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wird wahrscheinlich übertrieben auf die Schnauze bekommen. Ich bin nicht gut im PvP. Ich habe das ehrlich gesagt auch nie so viel gemacht. Hier kann man den Lift, doch hier kann man den Lift rufen. Aber vielleicht können wir ja just for fun mal jemanden waden, damit ihr seht, wie ich auf die Schnauze bekomme. Ihr könnt mich auslachen dann wiederum. Ach, das wird super, oder? Ja, mal gucken. Ritter wird benötigt. Ach, jetzt habe ich mir gar nicht den anderen neuen Ring angesehen. Komm doch runter jetzt, du Pussyboy. Alter, ist der gebufft. Ich bin nicht dann wegen der Schnauze von Schnauze. Okay. Komm, Boonga! Wo kommt der denn hin? Es werden keine Überlebenden zurückgelassen. Okay, die One-Shotte ich aber schon länger. Die One-Shotte ich aber schon länger. Also nicht erst seitdem ich jetzt das Level erreicht habe. Ach, das ist der Shortcut. Nice one. Oder? Ja. Oder? Ja? Nein? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, doch, das ist der Shortcut. Okay, alles klar. Achso, jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Wo ist er denn da? Verringert von hinten erlittenen Schaden. Geil. Also quasi ein Popo-Anal-Schutz. Cool. Coole Sache auf jeden Fall. Den könnte man ganz gut im Knast, glaube ich, gebrochen. Ist eh die Devise immer mit dem Arsch zur Wand. Und mit dem Kopf ins Kissen gedrückt. Safe is safe. Wird ein bisschen schwer, aber naja. Man wacht da vielleicht nicht sonderlich schmerzvoll auf. Was ist das? Soll ich mir mal jemanden rufen? Das hatten wir auch noch nicht einmal gemacht. Aber ist halt... Ist halt auch ein Gebiet, was ich... Mann, ey. Ist halt die Frage, will ich alles mal von... Will ich alles einmal komplett selbst mal durchgezockt haben? Aber die Frage ist auch, werde ich das Spiel nochmal ein zweites Mal durchgezocken? Nee, nee, der... Nicht, nicht, nee, nee, nee. Erstmal nicht. Nicht, dass er mir alles durchkloppt und dann habe ich überhaupt gar nichts mehr damit zu tun oder so. Das ist dann natürlich auch ein bisschen scheiße. Deswegen machen wir das noch nicht so... Warte mal eben. Ist noch Platz für den Bogen? Natürlich nicht. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Okay. Ey, Kamera! Ja, mit der Scheiße hier. Okay, die Hand wiegt ja auch nichts. Ah, Mann, ey. Schattenstulpen, na komm, Scheiße auf. Aber dann können wir wenigstens den Bogen tragen. Oh, das ist eine gute Idee bei mir oder so. Oh, fuck, ey. Oh, Zaubersteinplattenringen. Was zur Hölle ist das? Zauberstein... Erhöht die Magie-Schadensminderung. Okay, alles klar. Äh... Überall Sun Bros. Alter, was hat der denn für ein heftiges Schwert, sag mal. Okay. Was macht denn das Ding da für Geräusche da drinnen? Was ist das? Was ist das? Oh, du schweckst du schweckst! Oh, du schweckst du schweckst! Hast du das? Von der Kraft meiner Lieferung Ocelot, Kind von Drakons. Na gut, ich werde ihn nicht geben, denn er ist alles, was ich habe. Ähm, okay, er sieht aber so, wohl nicht, wenn es ein Drache ist, dann bringt Feuer vielleicht nichts. Was ist das für ein Baby, sag mal? Okay, 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 Frostschirmen. Okay, das haut gut rein. Ich spring voll rein, wie so ein Affe. Okay. 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 Oh mein Gott. Ey, wieso verliere ich immer das Tracking, Alter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Hallo, Kamera. Hallo, Kamera. tissues haben, nur die zwei Starr aus. 忍nestern? Oh mein Gott. Ohneacağım, diese Spann fácil. Oh mein Gott wohnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und сотst nicht mehr Platz. Wie heißt Oh nein? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020